Mein Name ist Karzano Rokigiani, ich bin in Kabuma geboxt und ich finde es gut, dass für Roma und Sinti ein bisschen was getan wird, indem man eben einen Mann oder einen Menschen ehrt für seine Sachen, die er gemacht hat und auch erlitten hat. Ich bin in Kabuma geboxt und ich bin in Kabuma geboxt. Ich bin in Kabuma geboxt und ich bin in Kabuma geboxt. Durch so eine Sache wie heute kann man vielleicht einige Sachen ändern und auch einfach mal daran erinnern, dass eben Roma, die aus Rumänien oder Bulgarien oder auch woher immer kommen, eben bessere Chance haben, hier Arbeit zu bekommen und Ausbildung zu bekommen.